Well, that's convenient. Tja, er war oft genug in den Abstimmungen, aber niemand wollte ihn haben. Und wo wir jetzt gerade Arcane erwähnen, eine Sache vorab. Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei Riot ist es ziemlich sicher, dass diese Informationen, die ihr heute aus diesem Video bekommen werdet, quasi jetzt schon veraltet sind. Weil momentan ist es so, dass, naja, so ziemlich alles, was neu rauskommt, den alten Stand der Lore überschreibt. Und das bedeutet auch, dass entsprechend sich widersprechende Sachen in der Lore so langsam ausgeräumt werden sollen und eben zum Beispiel Arcane nicht mehr ein alternatives Universum sein soll, quasi so eine What-If-Story, sondern tatsächlich dann die Hauptstory auch mitbestimmt. Das heißt, dass sehr, sehr viele Sachen, die momentan nicht übereinstimmen, nach und nach ausgeräumt werden sollen. Das heißt zum Beispiel, dass Nahr ja eigentlich der einzige Yordle seiner Art sein soll. Und jetzt gibt es in Legends of Runeterra allerdings einen Haufen Karten, die ähnlich sind wie er. Oder eigentlich soll es nur fünf Darkin geben, aber es gibt trotzdem in den Legends of Runeterra Karten deutlich mehr. Es ist ein bisschen schwierig. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, nehmt alles, was jetzt hier kommt mit, um es mal denglisch zu sagen, mit einem tonnenschweren Salzkorn. Und ja, ich würde sagen, am besten gehen wir erstmal wieder auf die übliche Art vor. Das heißt, ich werde kurz beschreiben, was man denn jetzt hier eigentlich auf dem Splash-Art sieht und ein bisschen das Design entsprechend analysieren. Und anschließend werde ich seine Hintergrundgeschichte und seine Color-Story vorlesen und dann auch ein bisschen gucken, wie denn dieses Design eigentlich zu seiner Rolle, die er in der Geschichte von League of Legends hat, beziehungsweise hatte. Denn, naja, passt. Und vor allem auch, ob das Ganze überhaupt vernünftig rübergebracht wird. Eine Sache kann ich aber schon mal vorweg sagen. Diese Story wird sich sehr stark von der, die er in Arcane kennengelernt hat, unterscheiden. Das einfach mal als Vorwarnung. Wundert euch also nicht, wenn irgendwelche Sachen nicht so ganz zusammenpassen. Ursprünglich waren das nämlich quasi zwei getrennte Universen, die sich in einigen zentralen Punkten doch sehr drastisch unterschieden haben. Wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt? Mal schauen. Aber genug davon, kommen wir zum Design. Und erstmal, wenn wir eine Sache sehen, die bei Jace sofort ins Auge springt, dann ist es das Design-Element der Zahnräder. Sowohl auf dem eigentümlichen Hammer, der ja gleichzeitig auch eine Kanone ist, als auch auf zahlreichen Elementen seiner Kleidung sehen wir diese Zahnrad-Symbolik. Das heißt, wir sehen dieses große Symbol auf der Brust, wir sehen an den Schultern oder beziehungsweise wo die Schulterstücke ansetzen und sogar die Gürtelschnalle ist nach einem Zahnrad designt. Dazu sehr viel Messing, sowohl der Hammer besteht quasi fast komplett daraus, bis auf ein rotes Kabel, das im Nichts endet und den umwickelten Griff und so ein paar kleine stilisierte Linien. Und auch sonst ist Jace sehr in entsprechende, naja, Messing-Rüstung gehüllt, wenn man es so nennen möchte. Und dazu kommt auch, dass er einen eigentümlichen, naja, es ist im Grunde so eine Art pelzgefütterter Kragen, den man sieht. Warum der da ist, gute Frage. Aber grundsätzlich kann man sagen, das Farbschema von Jace ist sehr stark eben diese Messing-Farbe, dann noch einige rote Akzente und der Rest der normalen Kleidung ist eher in so einem dunklen Braun, fast schwarz. Ich überlege gerade, so ein leichter Rotstich ist, glaube ich, auch da wieder mit drin. Ist allerdings, je nachdem, welche Sache man jetzt anguckt, ob man das Modell ansieht oder das Splash-Art, wieder ein bisschen anders eingefärbt. Von daher, grundsätzlich sehen wir halt, er ist ordentlich aufgemotzt und ansonsten auch die Kleidung wirkt ein bisschen edler. Insbesondere halt dieses, ist es ein Cape, ist es schwierig zu sagen. Es kommt so ein bisschen von unter der Rüstung hervor. Warum das Ding dann unten wieder so eine Art Messing-Beschlag hat, keine Ahnung. Das ist eigentlich für solche Schleppen extrem unpraktisch. Aber gut, es ist League of Legends, wann sind da Rüstungen jemals praktisch gewesen? Ansonsten sehen wir auch viele Knöpfe. Wir sehen an den Knöcheln von seinen Fingern auch wieder diese Messingplatten, als hätte er da sowas wie eingebauten... Naja, einen eingebauten Schlagschutz oder so etwas. Also wenn es darum geht, Leuten besonders aufs Maul zu hauen. Und wir sehen auch, die Ausstrahlung von ihm wirkt deutlich anders als das, was wir in Arkane kennen. Auch wenn es halt vom Aussehen her grob der richtige Charakter ist. Aber es ist doch jemand ziemlich anderes. Und diese Version ist, wie gesagt, wahrscheinlich inzwischen schon nicht mehr aktuell. Aber gut, springen wir mal in seine Hintergrundgeschichte und schauen mal, was dieses Charakterdesign uns denn eigentlich sagen will, wenn es uns überhaupt was sagen will. Viel Spaß! Jace ist ein genialer Erfinder, der sein Leben der Verteidigung von Piltover und dem stetigen Streben nach Fortschritt verschrieben hat. Mit seinem transformierenden Hextech-Hammer nutzt Jace seine Stärke, seinen Mut und seine beträchtliche Intelligenz, um seine Heimatstadt zu beschützen. Obwohl er in der ganzen Stadt als Held verehrt wird, gefällt ihm die Aufmerksamkeit, die seine Taten mit sich bringen, nicht wirklich. Doch Jaces Herz sitzt im richtigen Fleck und selbst jene, die ihn um seine angeborenen Fähigkeiten beneiden, sind dankbar für den Schutz, den er der Stadt des Fortschritts garantiert. Als Sohn Piltovers wurde Jace dazu erzogen, an die Grundprinzipien zu glauben, welche die Stadt groß gemacht haben, Erfindungen, Entdeckungen, Zorn vermeiden, wenn irgend möglich. Dank seines Talents dafür, komplizierte maschinelle Vorgänge schnell zu verstehen, verdiente Jace sich die Ehre, als jüngster Lehrling überhaupt unter die Fittiche von Clan Geopara genommen zu werden, einem der angesehensten Herrscherclans der Stadt. Ganz und gar nicht überrascht von dieser Wendung nahm Jace das Angebot an und verbrachte den Großteil seiner Jugend damit, Hextech-Geräte zu kreieren und transformierbare Multifunktionswerkzeuge für die Arbeiterklasse von Piltover zu konstruieren. Einen zur Brechstange umfunktionierbaren Schraubenschlüssel, eine zur Schaufel konvertierbare Spitzhacke und einen Hammer, der mit einer ausreichend starken Batterie in einen Abrissstrahler hätte transformiert werden können. Bei allem, was Jace anfasste, stellte er seine Altersgenossen in den Schatten. Die meisten Dinge gingen Jace leicht von der Hand und er konnte nicht begreifen, warum Konzepte, die er als einfach ansah, Gleichaltrigen so viele Probleme bereiteten. Aus eben diesem Grund galt Jace in den Augen fast aller, die mit ihm arbeiteten, als arrogant, respektlos und nicht dazu bereit, sein Tempo an das seiner Arbeitskollegen anzupassen, damit sie Schritt halten konnten. Je mehr Zeit ins Land ging, desto ungeduldiger wurde er und zugleich entwickelte sich eine zunehmende Diskrepanz zwischen Sitte und Anstand und Jaces natürlichem Auftreten. Lediglich eine Person schaffte es jemals, sich mit Jaces Intelligenz zu messen und gleichzeitig eine gesunde Gleichgültigkeit gegenüber seiner herablassenden Art zu bewahren. Sein Name war Victor. Die beiden lernten sich während einer obligatorischen Feier anlässlich des Tags des Fortschritts kennen und verstanden sich auf Anhieb prächtig, da keiner von ihnen wirklich Interesse an der Veranstaltung hatte. Kurz darauf begannen sie zusammen zu arbeiten. Victor erweiterte Jaces intellektuellen Horizont und stellte viele seiner Annahmen in Frage. Während Jace stets danach strebte, durch vielseitig einsetzbare Technologie die Lage der Menschheit zu verbessern, bemühte sich Victor darum, menschliche Unzulänglichkeiten wie physischen Verfall oder unlogische Vorurteile in den Griff zu bekommen. Sie stritten ständig miteinander, doch ihre Auseinandersetzungen wurden nie persönlich. Denn obwohl ihre Methoden sich unterschieden, wussten die beiden Kollegen doch, dass ihr oberstes Ziel ein und dasselbe war. Darüber hinaus kannten beide das Gefühl von ihren Arbeitskollegen gemieden zu werden. Victor aufgrund seiner unkonventionellen Denkweise und Jace wegen seiner Unhöflichkeit. Gemeinsam entwickelten Jace und Victor einen mechanisierten Bauanzug für die Dockarbeiter von Piltover. Eine Konstruktion, die solide genug war, die Kräfte des Trägers zu verstärken, aber gleichzeitig auch leicht genug, um den Träger vor dem Ertrinken zu bewahren, sollte er über Bord gehen. Ihre Zusammenarbeit kam jedoch zum Stillstand, als Victors Entwurf für die nächste Version des Anzugs ein Chemtech-Implantat beinhaltete, dass die Kräfte seines Trägers verzehnfachen und gleichzeitig verhindern sollte, dass er Müdigkeit, Panik oder Ungehorsam gegenüber den Befehlen seines Vorgesetzten empfinden würde. Während Victor diese neue Funktion als geniale Methode betrachtete, um Unfälle bei Bauarbeiten zu reduzieren, hielt Jace seine Missachtung für den freien Willen für unmoralisch. Es kam aufgrund des Entwurfs beinahe zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden und schließlich wurde Victor, nachdem Jace die Akademie vor Victors Erfindung gewarnt hatte, aller seiner Ehren enthoben und aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft von Piltover verstoßen. Victor war der erste Mensch, der so etwas wie ein Freund für Jace gewesen war, und bestürzt über ihren Streit wandte er sich wieder alleine seiner Arbeit zu. Er zog sich immer mehr zurück. Seine Geduld mit anderen nahm noch weiter ab. Während Jace in Einsamkeit seinen Studien nachging, entdeckten Forscher von Clan Geopara tief in den Dünen der shurimanischen Wüste einen rohen, tiefblauen Kristall. Obwohl Jace sich gleich dazu bereit erklärte, Experimente an dem Kristall durchzuführen, indem er betonte, dass die anderen Wissenschaftler nicht schlau genug seien, um ihm seine Geheimnisse zu entlocken, veranlasste sein fehlendes Taktgefühl Clan Geopara dazu, den Kristall als eine Art Strafe ihren wohlgesitteten Gelehrten zu übergeben. Nach Monaten der Forschung kamen die Gelehrten jedoch zu einer übereinstimmenden Schlussfolgerung. Der Kristall war wertlos. Ein seiner Macht beraubter Felsbrocken. Enttäuscht über das Ergebnis, übergaben die Anführer des Clans den Kristall schließlich an Jace, in der Annahme, dass selbst er mit seinem überragenden Intellekt nicht dazu in der Lage wäre, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Etwas im Inneren des Kristalls rief nach Jace. Nein, mehr noch, es sang zu ihm. Er konnte es nicht in Worte fassen, aber er wusste, dass der schurimanische Kristall noch nicht alle seine Geheimnisse preisgegeben hatte. Viele Monate verbrachte er damit, den Kristall jedem erdenklichen Test zu unterziehen. Er setzte ihn in eine Zahnradzentrifuge, er überhitzte ihn und froh ihn ein. Er werkelte, beobachtete, stellte Hypothesen an und schlug seinen Kopf gegen seinen kupfernden Pantografen. Jace war es schlichtweg nicht gewohnt, hart zu arbeiten, und dieser verdammte Kristall war der erste Gegenstand, der sich seiner enormen mentalen Begabung zu widersetzen wagte. Zum ersten Mal verstand er, wie sich seine Kollegen gefühlt haben mussten. Sie gaben sich große Mühe, ein Problem zu lösen, nur um dann an ihre eigenen Grenzen zu stoßen. Es war frustrierend. Es war ungerecht. Und wahrlich war es noch um einiges schlimmer, wenn man mit einem arroganten Erfinder zusammenarbeitete, der jede Bemühung sofort als nichtig abtat. Jace wurde klar, dass keiner seiner Arbeitskollegen je aufgegeben hatte, ganz gleich, wie arrogant er sich ihnen gegenüber auch verhalten hatte. Keiner von ihnen hatte je aufgehört, nach eben jenen Dingen zu streben, die Piltover ausmachten. Fortschritt. Entdeckungen. Wenn sie nicht aufgaben, beschloss Jace, dann würde er es auch nicht tun. Und vielleicht würde er versuchen, etwas netter zu sein. Jace betrachtete sein Problem von einem völlig neuen Blickwinkel aus. Anstatt seine Experimente auf den Kristall als Ganzes zu konzentrieren, fragte er sich, ob er nicht invasive Experimente an einem kleinen Splitter vornehmen sollte. Jace meißelte ein Stück des Kristalls ab und setzte es dann einer flüssigen Legierung aus. Als er voltaische Ströme durch das flüssige Metall sandte, brach ein ohrenbetäubender Bariton aus dem Splitter hervor, der beinahe seine Trommelfälle zum Zerbersten brachte. Der Kristall begann Hitze auszustrahlen und es schoss ein Licht aus ihm hervor, das hell genug war, um Jace fast erblinden zu lassen. Es kam unerwartet. Es war potenziell gefährlich. Aber es war ein Fortschritt. Jace konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, während er die ganze Nacht und bis in die frühen Morgenstunden hinein mit weiteren Tests verbrachte. Am nächsten Tag fand Jace zu seiner Überraschung seinen alten Freund Victor an seiner Türschwelle vor. Victor war durch die massive Energieproduktion des Kristallsplitters alarmiert worden und hatte einen einfachen Vorschlag zu machen. Seit seiner Verbannung aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft von Piltover hatte Victor sich einem Geheimprojekt in den tiefen Zorns zugewandt. Er hatte endlich herausgefunden, wie er seinen Traum erfüllen konnte. Krankheit, Hunger und Hass ein Ende zu setzen. Wenn Jace sich ihm anschloss, könnten sie mehr erreichen als irgendwer sonst in Piltover oder Zorn. Sie würden die Menschheit vor sich selbst retten. Jace hatte einen ähnlichen Monolog schon früher einmal von Victor gehört. Es hatte ihm noch nie gefallen, wohin er führte. Victor erzählte Jace, dass er für seine glorreiche Evolution nur eines brauchte. Eine Energiequelle wie Jaces Kristall. Jace widersprach ihm und ließ Victor wissen, dass das einzige, was er wirklich brauchte, Moralgefühl war. Victor, der Jaces fehlende Manieren schon lange überdrüssig geworden war, sprang ihn an, schnappte sich den Kristall und schlug Jace damit bewusst los. Als Jace Stunden später wieder zu sich kam, bemerkte er, dass der schurimanische Kristall zwar nirgendwo zu finden war, Victor jedoch augenscheinlich den viel kleineren Splitter bewusst oder unbewusst übersehen hatte. Jace wusste, dass Victor, was auch immer dieser plante, nur zu solchen Mitteln greifen würde, wenn er kurz vor dem Durchbruch stand. Obwohl ihm nicht bekannt war, was genau Victors glorreiche Evolution beinhaltete, war ihm klar, dass sie wahrscheinlich nicht sonderlich viel Wert auf den freien Willen seiner Mitmenschen legen würde. Ohne auch nur eine weitere Sekunde zu verschwenden, ergriff Jace den Splitter und installierte ihn in einem enormen transformierenden Hammer. Eine Abrisserfindung, die er bereits vor vielen Jahren aufgegeben hatte, da keine Batterie dazu imstande gewesen war, sie anzutreiben. Obwohl Jace keinen blassen Schimmer davon hatte, wohin Victor den Kristall bringen würde, vibrierte der Hextech-Hammer in seinen Händen und zog ihn nicht nach Norden, Süden, Osten oder Westen, sondern nach unten, in Richtung der Unterstadt Zorn. Der Splitter war begierig darauf, wieder zu dem Kristall zurückzukehren, aus dem er geschlagen worden war, und führte Jace schließlich zu einem Lagerhaus in den Tiefen der Grube. Innerhalb des höhlenartigen Gebäudes entdeckte Jace etwas Grauenhaftes. Dutzende Leichen, ihre Schädel aufgesägt und ausgehöhlt, ihre Gehirne in eine Armee bewegungsloser Metallsoldaten verpflanzt, die alle an den nun pulsierenden Kristall angeschlossen worden waren. Das war also der erste Schritt in Victors glorreicher Evolution. Jace zögerte zunehmend mit jedem Schritt, den er sich Victor näherte. Er und Victor waren sich nicht immer einig gewesen, aber das hier war etwas anderes. Zum ersten Mal wurde Jace sich bewusst, dass er seinen alten Freund vielleicht würde töten müssen. Er rief nach Victor und zuckte zusammen, als die Roboterarmee salutierte. Jace bat ihn, sich umzusehen, sich anzusehen, was er hier eigentlich tat. Was auch immer diese Evolution darstellen sollte, sie war ganz sicher nicht der Fortschritt, für den sie in ihrer Jugend gekämpft hatten. Zu Victors Überraschung entschuldigte er sich sogar dafür, wie er sich in der Vergangenheit ihm gegenüber verhalten hatte. Victor seufzte. Seine Antwort bestand aus zwei knappen Worten. Tötet ihn. Die Maschinen sprinteten auf Jace zu, rissen sich von den Kabeln los, die sie mit dem Kristall verbanden, und machten Jace mit einer für ihn völlig neuen Emotion bekannt. Panik. Sein Griff um den Hammer wurde immer fester, während es ihm dämmerte, dass sie ihn noch nie wirklich benutzt hatte. Als der erste Golem in Reichweite kam, schwang er ihn so hart er nur konnte und fühlte die Kraft des Splitters durch seine Muskeln fließen. Sie verstärkte die Bewegung des Hammers so sehr, dass Jace fürchtete, er würde ihm aus den Händen fliegen. Der Hammer krachte mit voller Wucht gegen den Roboter und ließ ihn in einem Hagel aus Metall zerbersten. Trotz der völligen Vernichtung ihres Kameraden zögerten die anderen Maschinen nicht eine Sekunde, sich auf Jace zu stürzen und versuchten, ihn bewusstlos zu schlagen. Jace analysierte die Formation, in der die mechanische Welle auf ihn zugerast kam und versuchte zu errechnen, wie er die größtmögliche Zahl von Robotern mit dem geringsten Aufwand ausschalten konnte. Es war hoffnungslos. Bevor er auch nur einmal zuschlagen konnte, hatten sie ihn bereits erreicht. Als er unter dem Hagel aus Schlägen zu Boden ging, sah Jace Victors Blick, der nicht triumphierend, sondern traurig war. Er hatte Jace überlistet und die Zukunft der Menschheit sichergestellt, doch dies hatte seinen Preis. Er konnte seinen alten Freund nicht am Leben lassen. Jace verschwand in einem Meer sich windender, metallener Glieder. Das war der Moment, in dem sich Jace zum ersten Mal in seinem Leben dazu entschloss, nicht mehr zu denken, sondern einfach nur Dinge zu zerstören. Ohne Rücksicht auf seine eigene Sicherheit wandte Jace jeden verbliebenen Rest an Stärke auf, um sich aus dem Griff von Victors Robotern zu befreien. Er sprintete auf den leuchtenden Kristall zu und schlug mit der geballten Hextech-verstärkten Kraft seines Hammers auf das mystische Objekt ein, das in tausend Splitter zerbarst. Victor schrie vor Entsetzen auf, als der Kristall zersprang. Eine Schockwelle schleuderte sie alle zurück und die Roboterarmee sank leblos zu Boden. Bis ins Fundament hinein erbebte das Lagerhaus und Jace entkam nur um Haaresbreite, bevor das Gebäude in sich zusammenbrach. Victors Körper wurde nie gefunden. Nach seiner Rückkehr nach Piltover informierte Jace die Clanmeister über Victors teuflischen Plan. Kurz darauf musste Jace feststellen, dass er zum Gesprächsthema sowohl in Zorn als auch in Piltover geworden war. Man rühmte ihn für sein schnelles Urteilsvermögen in kritischen Situationen. Jace wurde zu einer beliebten Persönlichkeit, zumindest bei denjenigen, die ihn noch nie zuvor getroffen hatten, und er verdiente sich seinen Spitznamen, der Verteidiger von morgen. Jace scherte sich recht wenig um die Bewunderung seiner Mitbürger aus Piltover, nahm sich den Spitznamen jedoch zu Herzen. Er wusste, dass Victor noch immer irgendwo da draußen war und Rachepläne schmiedete. Eines Tages, vielleicht sogar früher als erwartet, würden entsetzliche Probleme auf Piltover zukommen. Und Jace würde bereit sein. So, und das war jetzt die Hintergrundgeschichte und, äh, ja, wie soll man sagen. Jace, wie man jetzt gehört hat, ist doch jemand ziemlich anderes als der aus Arkane. Insbesondere ist es so, dass in Arkane ja Jace und Victor gemeinsam Hextech entwickeln. Hier gibt es Hextech quasi bereits. Und es ist so, dass die beiden dann darin relativ gut sind und Jace macht so seine lustigen Multifunktionserfindungen. Eine davon wird später zu seiner bevorzugten Waffe und er wird am Ende zu so einer Art Iron Man von Piltover. Also so, hey, der Techniker, der gleichzeitig auch ein Superheld ist, so in etwa. Und es gibt natürlich noch ein paar andere kleine Unterschiede. Zum Beispiel ist er hier ein Günstling des Clans, Geopara, während er halt in Arkane von Catelyns Familie gesponsert wird, zumindest am Anfang. Und das sind schon einige sehr große Unterschiede, wenn man es mal so sehen möchte. Jace ist eigentlich, würde ich sogar sagen, der Charakter, der am meisten sich von seinem Vorbild unterscheidet, eventuell noch mit Victor zusammen. Aber am Ende des Tages ist es auch nicht so wichtig, dass es, was Jace zu dem aktuellen Lore-Stand, bis irgendwas Neues rauskommt, also spätestens Arkane Staffel 2, als die aktuelle Version quasi darstellt. Allerdings, wie gesagt, sobald Arkane 2 raus ist oder eben auch einfach nur irgendetwas anderes mit Piltover rauskommt, wird das hier veraltet sein. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ob dann diese Geschichte umgeschrieben wird, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Riot wird sich um die Universe-Page einfach gar nicht mehr kümmern. Apropos Universe-Page, es gibt noch eine Color-Story, die interessanterweise kürzer ist als die Hintergrundgeschichte. Das hatten wir auch eher selten. Von daher springen wir einfach mal da rein und gucken uns mal an, was dieser Jace dann für ein Charakter ist. Viel Spaß! Eine Reparatur auf die Schnelle Von Anthony Birch Jeder Narr hätte erahnen können, dass Victor eines Tages zurückschlagen würde. Wenn man kein Narr war, konnte man sogar das exakte Datum und die genaue Uhrzeit eines geplanten Gegenangriffs voraussagen. Jace war kein Narr. Er stand in seiner Werkstatt, seine Gestalt wurde von den Sonnenstrahlen erhellt, die durch die Dachluke über ihm fielen, und er war umrundet von dutzenden Artefakten seines eigenen Genies. Zahnradbetriebene Schuhe, die auf jeder Oberfläche haften konnten, ein Rucksack mit gelenkigen Gliedern, welche die Werkzeuge seines Benutzers stets in Reichweite hielten. Großartiger als all diese Erfindungen war jedoch die Waffe, die Jace nun in seinen Händen hielt. Jace' transformierbarer Hextech-Großhammer, der durch die Kraft eines schurimanischen Splitters angetrieben wurde, war in ganz Piltover bekannt. Er warf ihn jedoch von Hand zu Hand, als sei er lediglich ein weiteres Werkzeug aus seiner Werkstatt. Es klopfte dreimal laut an Jaces Tür. Sie waren hier. Jace hatte sich darauf vorbereitet. Er hatte Victors zurückgelassene Roboter einigen Experimenten unterzogen. Er hatte ihren mechanischen Nachrichtenaustausch abgefangen. Jeden Moment würden sie die Vordertür eintreten und versuchen, ihm seinen Hextech-Hammer zu entreißen. Danach würden sie das Gleiche mit seinem Schädel versuchen. Die Betonung lag auf. Versuchen. Er legte einen Schalter am Griff seines Hammers um. Mit einem energiegeladenen Knistern verwandelte sich das Kopfteil von Jaces Meisterstück in einen Hextech-Blaster. Er zielte, wich nicht zurück und sah, wie die Tür aufschwang. Der Griff seiner Finger am Abzug wurde fester. Und beinahe hätte er einem siebenjährigen Mädchen den Kopf weggepustet. Sie war klein, blond und wäre sicherlich von jemand anderem als Jace für süß befunden worden. Das Mädchen drückte die Tür auf und trat mit zögerlich schlurfenden Schritten ein. Ihr Pferdeschwanz schwang hinter ihr hin und her, als sie sich Jace näherte. Sie hielt ihren Kopf unten und vermied es, ihn direkt anzusehen. Er hatte zwei Hypothesen dafür, warum sie Augenkontakt vermied. Entweder sie war eingeschüchtert und beeindruckt davon, in der Gegenwart einer Person zu sein, die so berühmt war wie er, oder sie arbeitete für Victor und war dabei, ihn mit einer chemischen Bombe zu überraschen. Ihre geröteten Wangen ließen Jace auf ersteres tippen. Mein Soldat ist kaputt, sagte sie und zeigte ihm einen kraftlosen Metallritter, dessen Arm in einem unnatürlichen Winkel nach hinten gebogen war. Jace bewegte sich nicht. Bitte verschwinde von hier oder du wirst wahrscheinlich sterben. Das Kind starrte ihn an. Außerdem repariere ich keine Spielzeuge. Such dir jemanden, der mehr Zeit hat als ich. Tränen stiegen in ihren Augen auf. Ich habe kein Geld für einen Handwerker und meine Mutter, sagte sie und unterdrückte einen Schluchzer. Mutter hat ihn für mich gemacht, bevor sie starb und... Jace zog seine Stirn kraus und zum ersten Mal seit geraumer Zeit blinzelte er. Wenn er dir so wichtig ist, warum hast du ihn dann kaputt gemacht? Ich wollte ihn nicht kaputt machen. Ich habe ihn zu einem Festmahl am Tag des Fortschritts mitgenommen und jemand hat mich geschubst und dann ist er mir runtergefallen und ich weiß, ich hätte ihn zu Hause lassen sollen. Ja, das hättest du. Das war dumm von dir. Das Mädchen öffnete ihren Mund, um etwas zu erwidern, hielt sich dann aber zurück. Jace hatte diese Art Reaktion schon oft gesehen. Die meisten Menschen, die er traf, hatten Geschichten über seinen legendären Hammer und seinen unnachgiebigen Heldenmut gehört. Sie erwarteten Größe. Sie erwarteten Bescheidenheit. Sie erwarteten nicht, einen schnippischen Idioten vorzufinden. Jace enttäuschte sie unweigerlich. Was ist denn bitte dein Problem? Fragte sie. So ziemlich meine gesamte Persönlichkeit, wie man mir immer wieder bestätigt, antwortete er ohne zu zögern. Das Kind runzelte seine Stirn. Sie hielt ihm den Soldaten ins Gesicht. Mach ihn wieder ganz. Bitte. Du machst ihn doch nur wieder kaputt. Werde ich nicht. Pass auf, Kleine, sagte er. Ich bin gerade sehr beschäftigt und – etwas huschte über die Dachluke und warf kurz einen Schatten auf die beiden. Jeder andere hätte ihn nur für einen vorüberfliegenden Falken gehalten. Doch Jace wusste es besser. Er verfiel in Schweigen. Ein gequältes Lächeln erschien auf seinem Gesicht, als er das Mädchen zurück zu seiner Werkbank zog. Die Sache ist die, sagte er, Maschinen sind sehr einfach gestrickt. Er hob eine große, dünne Bronzeplatte an und begann damit, ihre Ecken mit präzisen Schlägen seines Hammers zu bearbeiten. Sie sind aus Einzelteilen gemacht. Sie verbinden sich und bilden immer wieder neue Verbindungen in klaren und vorhersehbaren Mustern. Er schlug wieder und wieder auf die Platte ein, bis sie eine glatte Kuppel formte. Menschen dagegen sind viel komplizierter. Sie sind emotional, unberechenbar und – in den meisten Fällen – weniger schlau als ich. Er bohrte ein Loch in die Decke der Kuppel. Meistens ist das ein Problem, aber manchmal arbeitet ihre Dummheit auch zu meinem Vorteil. Geht es immer noch um meinen Spielzeugsoldaten, oder? Manchmal sind sie in ihrer Unterlegenheit so unsicher, so verzweifelt darum bemüht, Rache zu nehmen, dass sie tölpelhaft Fehler begehen. Er ergriff einen glänzenden Kupferstab und schraubte ihn in der Mitte der Kuppel fest. Manchmal scheitern sie daran, die Dinge, die ihnen am wichtigsten sind, zu beschützen. Er deutete mit dem Kopf auf ihren Zinnsoldaten, bevor er den neu geformten Metallregenschirm über sich hielt, und manchmal bedeutet das auch, dass sie, anstatt meine Werkstatt durch die offensichtliche Vordertür anzugreifen, er sah nach oben, lieber einen dramatischen Weg wählen. Er reichte ihr den Regenschirm. Sie musste ihre gesamte Kraft aufwenden, um ihn hochzuhalten. Halte ihn. Nicht bewegen. Sie öffnete ihren Mund, um etwas zu erwidern, schrie dann jedoch überrascht auf, als die Dachluke über ihr zerbarst. Glas prallte von dem seltsamen Regenschirm ab, als ein halbes Dutzend Männer hinunter in die Werkstatt sprangen. Mit leuchtend grünen Chemikalien gefüllte Röhren verliefen von ihren Hälsen zu ihren Gliedern. Ihre Augen waren tot und ihre Gesichter vollkommen emotionslos. Sie waren definitiv Victors Jungs, so viel war klar. Unter Drogen gesetzte Ganoven aus der groben Ebene von Zorn, die Victor mit Halluzinogenen und Hypnotika vollgepumpt hatte. Durch Chemikalien gefügig gemachte Schläger, die jedem von Victors Befehlen Folge leisteten, ob sie nun wollten oder nicht. Jace hatte Roboter erwartet, aber Victor war wahrscheinlich nicht dazu in der Lage gewesen, so viele von ihnen unauffällig durch Piltover zu schmuggeln. Diese Chem-Sklaven waren jedoch keineswegs ungefährlich. Sie wandten sich Jace und dem Mädchen zu. Bevor sie das Paar jedoch erreichten, feuerte Jaces Hextech-Blaster reine voltageische Energie ab. Eine Kugel aus Hextech-geladenen Blitzen schoss aus seinem Kern, und detonierte inmitten der Gruppe von Schlägern. Die Chem-Sklaven knallten gegen die makellosen Wände der Werkstatt. Soviel zum Überraschungsmoment. Was, Victor? Ein schwergewichtiger Maschinenriese sprang von der Decke hinab und direkt in den Haufen bewusstloser Chem-Sklaven hinein. Jace fand, dass er wie eine Mischung aus einem Minotaurus und einem sehr wütenden Gebäude aussah. Pass auf, schrie das Mädchen. Jace rollte mit seinen Augen. Ich passe auf, keine Panik. Ich habe die Situation voll unterkont... Au! Er wurde unterbrochen, als das metallene Biest seine Brust rammte. Das Monster stieß Jace rücklinks zu Boden. Er landete auf einem Rollwagen, und sein Rücken gab unter dem harten Aufprall ein Knacken von sich. Stöhnen zog er sich auf die Beine, als das Biest wieder auf ihn zuraste. Das war das letzte Mal, dass du mich angefasst hast, sagte er. Jace schwang seine Hextech-Waffe so hart er nur konnte und transformierte sie während des Schlags zurück in den Hammer. Der Minotaurus senkte seinen Kopf, um Jace erneut zu rammen, und ignorierte unklugerweise den Bogen, den die Waffe zog. Der Hammer fand sein Ziel mit einem wiederhallenden Knirschen. Der Kopf des Minotaurus war nun völlig in seinen metallenen Hals gerammt, und er brach auf dem Werkstattboden zusammen. Eine Wolke aus Dampf entwich zischend dem Schrotthaufen. Jace holte erneut mit seinem Hammer aus und bereitete sich auf eine weitere Attacke vor. Er beobachtete die Dachluke. Einige Minuten vergingen. Nach einer Weile schien er davon überzeugt zu sein, dass der Angriff beendet war. Er versuchte zurück an die Werkbank zu treten, fiel dann aber vornüber vor Schmerzen und hielt sich seinen Bauch. Das Mädchen eilte an seine Seite. Tut es immer noch weh, wo er dich gerammt hat? Natürlich. Warum hast du ihn dich auch rammen lassen? Das war dumm von dir. Jace hob eine Augenbraue und sah das Kind an. Ihre Augen weiteten sich, unsicher, ob sie zu weit gegangen war. Langsam schlich sich ein Lächeln in sein Gesicht. Wie war nochmal dein Name? Jace setzte sich an seine Werkbank und nahm einen Schraubenzieher. Gib mir deinen Soldaten, Amaranthine. Auf ihrem Gesicht erstrahlte ein Lächeln. Also kannst du ihn reparieren? Jace grinste sie an. Es gibt nichts, was ich nicht reparieren kann. Und damit haben wir auch Jaces Color Story abgeschlossen und ich muss gestehen, es gibt ein paar Dinge an dieser Story, die mich persönlich halt so ah, wie soll man es sagen, die mich ein bisschen stören. Weil, sind wir mal ehrlich, es gibt so häufig so dieses Stereotype-Genie, das dafür dann sozial völlig inkompetent ist und Dinge so ausspricht, dass alle Leute drumherum halt, sagen wir mal, ständig beleidigt sind und die gar nicht verstehen, was die denn alle haben. Die sind ja weniger intelligent und sowas. Und das Blöde ist, das wird halt häufig bei Charakteren benutzt, um sie zum Beispiel irgendwie manchmal bewusst, manchmal unbewusst autistisch zu kodieren. Und für die, die es nicht mitbekommen haben bisher, ich bin Autist. Was bedeutet, dass das für mich schon so ein bisschen was Persönliches ist? Denn, ich weiß jetzt persönlich nicht, ob ihr es wusstet, aber die meisten Autisten sind erstens keine Genies und zweitens sind die meisten Autisten nicht in irgendwelchen Machtpositionen, wie Jace in diesem Kontext hier. Und, naja, man könnte jetzt noch ein bisschen weitergehen, aber grundsätzlich ist es so, dieses sich daneben benehmen, um zu zeigen, oh, diese Person hat quasi alle Ressourcen in diese eine Richtung gelenkt und dafür sind da andere Sachen nicht bei. Nein. Vor allem ist es so, das Einzige, womit man dann zeigen muss, okay, der hat jetzt hier irgendwie, was weiß ich, eine Inselbegabung oder sowas, wo ich mir dann denken würde, dann hätte der Typ aber andere Probleme, zum Beispiel, dass er halt körperlich eventuell einfach eher so ein Körperklaus ist, was er ja auch nicht ist, sondern wenn wir uns Jace mal angucken, da wirkt er relativ kräftig. Aber gut, das ist jetzt einfach nur mein Problem, ich kann diesen Archetyp einfach nicht mehr ab, weil, sagen wir es mal so, das ist dann wieder was, was in irgendwelche Klischees reinspielt und zum Beispiel, wenn man als Autist sich mal daneben benimmt, einfach weil man nicht wusste, dass etwas in dieser Situation vielleicht gerade unangebracht war, dann ist es so, dass es Leute gibt, die das einfach sehr persönlich nehmen, was ich auch irgendwie verstehen kann, auch wenn es halt mies ist, aber genauso gibt es Leute, die dann denken, oh, diese Person ist jetzt Autist, das ist jetzt irgendwie Superkraft, also Blödsinn. Ich kann ganz klar sagen, meine Reizüberflutung ist keine Superkraft. Kannst du schweigen von genug anderen Dingen, wie wenn ich wieder mal nicht weiß, wie ich in einer gewissen Situation mich zu benehmen habe. Das sind Dinge, dafür kann ich nichts, aber das ist eben auch nichts, was ich aus Arroganz mache und bei Jace ist es eindeutig Arroganz. Und er wird halt auch entsprechend dargestellt als ein unsympathischer Mensch, bis er halt am Ende zeigt, ja, guck mal hier, ich mach da dann doch wieder heile. Aber ganz ehrlich, es ist, die meisten Autisten sind keine Arschlöcher. Jace ist in diesem Beispiel einfach ein Arschloch, sind wir mal ehrlich. Aber immerhin eine Sache fand ich ganz interessant, ich hab jetzt einfach mal so aus Jux nachgeguckt, wer denn eigentlich der Autor war und das war ja, wie gesagt, Anthony Birch. Und dann bin ich da drauf gestoßen, oh, okay, Web-Serie irgendwie was mit What You Playing Ash heißt das, glaube ich. Und das ist dann was, was er gemeinsam mit seiner Schwester Ashley Birch macht und ich dachte, Moment, den Namen kennst du doch irgendwoher. Ja, die war mal Gast bei Critical Role, paar Mal sogar. Und ich bin halt so ein Critical Role-Fan und von daher, die Welt ist ein Dwarf, es ist schön, wenn man solche Situationen immer wieder findet. So schnell schlägt sich eine Brücke. Ach, wundervoll. Aber genug davon. Das war jetzt die letzte Champion-Folge, würde ich mal sagen. Zumindest vorerst, bis irgendwelche neuen Champions rauskommen, die dann vielleicht wenigstens noch eine Hintergrundgeschichte haben. Aber ihr könnt natürlich gern mal eure Meinung da lassen. Wie fandet ihr diesen Charakter? Wie findet ihr die Arcane-Version im Vergleich? Und so weiter. Ich finde hier die Arcane-Version um einiges sympathischer schon mal, aber gut. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne andere Sachen machen. Wie gesagt, der ganze YouTube-Kladderer-Dutch, das heißt, Likes sind immer gut, Teilen ist gut und der ganze andere Kram, den man machen kann. Und natürlich gibt es auch noch die Links in der Videobeschreibung für die Leute, die mich direkt etwas finanziell unterstützen möchten. Also, ich muss dann auch noch schauen, was ich jetzt dann mache, wenn das Projekt jetzt so langsam, aber sicher sich dem Ende zuneigt. Es gibt halt noch eine Folge und dann schaue ich, ob ich dann weitere Folgen mache, wenn entsprechende Champions wieder rauskommen, aber ich kann noch nichts versprechen. Ich kann zumindest eine Sache schon mal versprechen und das ist, ich werde nicht weiter im Wochenrhythmus Sachen produzieren, aber ich denke, ich werde wahrscheinlich ein bisschen was machen, wo ich vielleicht League of Legends Lore oder Inspiration von Charakteren nehme und das auf Dungeons & Dragons übertrage oder ich mache generell mehr Fantasy- und D&D-Kram oder generell Pen & Paper, Rollenspiel und sonstiges Zeug, schlichtweg, weil ich mich da ohnehin gerade sehr mit der Szene vernetze, was ja nicht heißt, dass man das League of Legends Thema komplett rauslassen muss, aber man kann es da auch irgendwie mit einbringen. Wer weiß. Aber gut, genug davon, wir sehen uns beim nächsten Mal bei der vorerst letzten Folge von Geschichten aus Runeterra, in der wir dann auch in die letzte veröffentlichte Kurzgeschichte einsteigen. Bis dahin, Leute. Cheerio.